Der alte Lehrmeister Konfuzius sagte einst, Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. Ob er dabei wohl an Güstros Rosengarten gedacht hat? Denn von Jahr zu Jahr scheint hier der Maulwurf mehr und mehr das Zepter zu übernehmen. Rings um den Spielplatz hat er bereits alle Wiesenflächen erobert und buddelt sich fleißig durch die Parkanlage. Auch wenn das für so manchen Spaziergänger ein Ärgernis und kein schöner Anblick ist, so hat der Maulwurf hier dennoch Hochheitsgebiet. Der Maulwurf ist nämlich nach der Bundesartenschutzverordnung unter besonderen Schutz gestellt. Auch dem Bundesnaturschutzgesetz zufolge darf man die Tiere weder fangen noch stören. Daher ist es streng verboten, diesen kleinen Erdenwühler zu fangen und mit Fallen, Gift oder Abgasen zu töten. Vereinbar mit dem Artenschutz sind allenfalls Vergrämungsmethoden, wie beispielsweise die Verwendung abstoßender Substanzen, welche vom Tier über den Geruchssinn aufgenommen werden. Von Seiten der Stadtverwaltung heißt es, dass es sich beim Rosengarten um eine denkmalgeschützte Parkanlage handelt und man somit als Eigentümer zur Pflege verpflichtet sei. Im Zuge der anstehenden Mäharbeiten durch den Stadtbauhof wird man die Maulwurfshügel dann mit einebenen und glätten, gegen den kleinen Tunnelbauer aber selbst nicht aktiv vorgehen. Und das ist es, dass es sich beim Rosengarten umgekehrt ist. Vielen Dank.